ich gehe wieder wassermelonen wiegen wassermelonen liegt 3692 gramm das macht ungefähr wieder in vier tage 280 gramm und was machen die andere wassermelonen der wächst auch da auch hier auch wow und ist jetzt bei ca 17 cm ich werde diese wassermelonen auch wiegen so alles auf null zack genau 1,5 kilo ich warte jetzt fünf tage ab und dann wege ich nochmal bis dann dann